Musik Damit ein herzliches Willkommen zurück bei dem Format, bei dem du den Content entscheidest. Ihr dürft jetzt wieder eine Frage in die Kommentare stellen und ich werde versuchen, diese möglichst mit Gameplay zu beantworten. Die Frage muss etwas mit Pokémon oder Pokémon GO zu tun haben. Allerdings werde ich in Zukunft diese Kinder-Troll-Fragen einfach mal weglassen. Es war jetzt ein, zweimal lustig, aber jetzt langsam reicht es auch wirklich. Ich würde jetzt auch sagen, wir reden nicht um den heißen Brei herum und fangen direkt an. Und zwar ist die erste Frage von Sadi. Kommt Mega-Garados wieder? Liebe Sadi, ich denke schon, also bis jetzt ist jeder Raid-Boss eigentlich immer wieder gekommen. Da wird Garados, also Mega-Garados, ja wohl auch keine Ausnahme sein. Ich kann jetzt allerdings da keine Zeit sagen, weil der war ja letztens, ist er ja erst rausgekommen. Da war er auch schon über längeren Zeitraum da, aber die kommen bestimmt alle irgendwann wieder. Gehen wir zur nächsten Frage. Und die ist von Alulal. Alulal, okay. Kann man regionale Pokémon ohne Traden bekommen? Ach, das ist eine Sache jetzt für sich. Dazu geben wir mein Handy jetzt. Also es gibt regionale, die kommen halt über ein Event, sei es ein Go-Fest, sei es Safari-Zonen, die damals gewesen sind. Wir können hier mal Kangama als Beispiel. Dann war Porenta, war ja auch. Wir fangen jetzt halt mit diesen ganzen alten Sachen an. Tauros war ja auch im Event damals. Hier, Pantymos ist ja so oder so bei uns. Warte, wir müssen mal ganz kurz hier löcheln. Hier, Corazon zum Beispiel. Corona 2.0, das schicken wir mal ganz schnell weg. Das war ich nicht. Dankeschön. Da hast du mir gerade die Aufnahme mit ruiniert. Wir lassen es aber jetzt einfach mal so. Ich habe es jetzt weggeschickt. Über sowas macht man keine Witze. So weißt, wen ich meine. Corazon war halt auch beim Go-Fest. Ja, also sonst kriegst du es eigentlich nur tatsächlich übertauschen. Mir fehlen auch noch ein paar, wie halt Quirtle, Tropius habe ich. Quirtle, mir fehlen halt auch ein paar. Aber ich würde jetzt sagen, wir gehen zur nächsten Frage über. Und die nächste Frage ist, Entschuldigung, ich musste gerade einen Cut machen, ist was dazwischen gekommen. Ist von Natascha A. Frage, lohnt es sich ein Shiny Krypto-Tan-Hel zu erlösen, wenn es 100 wird? Gutes Video. Erstmal danke. Das ist halt so eine Sache jetzt. Also Tan-Hel, seine Entwicklung Metacross, bekommt eine Mega-Entwicklung. Ist dann tatsächlich auch übelst stark. Wenn du kein anderes Tan-Hel hast, was gut ist, kannst du es auch erlösen dann. Und ich würde dann halt gucken, dass du die Top-Lade-Attacke irgendwie dann änderst. Also mit einer Top-Lade-TM so, sorry. Damit du halt den Sternenhieb drauf bekommst. Dann hast du einen super Stahlangreifer, wäre es gegen Cernia, ist halt ultra gut. Ansonsten musst du halt überlegen. Es ist halt relativ selten, ein Shiny Krypto-Tan-Hel zu bekommen. Es ist ja nur vom Rocket-Boss. Also du kannst es ja nur vom Rocket-Boss bekommen haben. Das musst du halt für dich selber wissen, ob du das erlösen willst. Du hast ein gutes Mega-Pokémon oder du lässt es als Krypto und machst irgendwann die Attacke dann da drauf. Du kannst ja auch irgendwann diese Frustrations-Attacke ändern. Und dann hast du ein gutes Krypto-Pokémon. Ich zum Beispiel habe ja auch ein Mammut-Jell oder so nicht erlöst gehabt. Ich würde jetzt aber sagen, wir gehen zur nächsten Frage weiter. Was denkst du, wie Z-Attacken ablaufen könnten? Du meinst die, ja gut, das muss ich jetzt den Leuten erklären. Z-Attacken sind Attacken von Generation 7. Da musst du gewisse Posen für machen. Ich mache jetzt hier, ich habe es aber gerade nachgemacht. Du musst halt gewisse Posen für machen. Das wird aber im Pokémon Go niemals so sein, dass du da Posen für machst. Das ist halt nur in den Spielen so gewesen. Du brauchst dann einen Z-Ring und Z-Kristalle. Das ist halt wie die Mega-Entwicklung so gesehen. Du kannst dann pro Kampf eine starke Attacke raushauen. Ich denke halt kurz vor, es wird wie die Mega-Entwicklung sein. Du musst Pay-to-Win machen, damit du halt diese Z-Energie sammeln kannst. So denke ich, würde es dann tatsächlich ablaufen. Ich gehe mit zur nächsten Frage. Ich habe einen Gengar 89 und 8% heißt das dann wahrscheinlich. Und einen Lichtel 91. Welches soll ich leveln? Gute Frage. Also Gengar ist klar, hat eine Mega-Entwicklung. Die Entwicklung, Lichtel, Entwicklung dazu ist Gelabra. Kannst du tatsächlich hochziehen. Zeige ich dir mal ganz kurz. Gehen wir mal auf Gelabra. Wo haben wir denn unseren Boy hier? Das hier ist ein 100er zum Beispiel. Du kannst ihn halt mit Bürde Spukball als Geistangreifer spielen. Oder du machst zweimal Feuerattacken drauf. Ich glaube es war Hitzekoller, die zweite, also Ladeattacke. Ich weiß gerade nicht mehr. Muss man über einen IV-Rechner oder so gucken. Dann hast du auch einen relativ fitten Feuerangreifer. Lohnt sich auf jeden Fall das Gelabra mehr. Ja, wenn du die Candys halt dazu hast. Ich würde aber dir empfehlen, werf keine Sonderbombs drauf. Mach ihn am besten als Kumpel. Und dann rennst du da mit einer Weile rum. Den kriegst du halt auch aus 10 Kilometer Eiern. Habt ihr jetzt in der letzten Zeit auch relativ häufig wieder bekommen gehabt. Also Lichtel. Ansonsten, wenn du kein besseres Gengar hast, dann zieh dir das halt einfach hoch. Und du hast einen Mega-Gengar. Aber dazu musst du auch erstmal dann die Energie sammeln, falls du sie noch nicht hast. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zur nächsten Frage über. Und die ist von Nero. Nice. Wann kommt der nächste Raid-Stream? Ach, Leute. Jeden Mittwoch bin ich zur legendären Raid-Stunde live. Außer mir kommt etwas dazwischen. Ich bin auch nur ein Mensch. Es kann mal sein, mir geht es nicht gut. Das war jetzt in der letzten Woche halt der Fall. Aber sonst, Leute. Schreibt euch das einfach irgendwie auf. Oder merkt es euch. Das kann man sicher merken. Nichts gegen dich jetzt. Jeden Mittwoch. Sonst einfach immer mal random am Wochenende Pokémon Schwert und Schild. Und nebenbei läuft Pokémon Go. Haben wir zwar jetzt länger nicht mehr gemacht. Aber kommt in der Zukunft auch mal wieder. Keine Sorge, Leute. So, machen wir direkt weiter. By the way, kannst du meinen Namen? Gut, das ist falsch. Nächste Frage. Gerade falsche Frage vorgelesen. Was ist deine Lieblings-Pokémon-Edition? Jetzt gehen wir zu den Hauptteilen über. Das ist eine gute Frage. Leute werden mich erzählen, wenn ich sage, ich mag die erste Generation. Überhaupt nicht. Früher, klar, habe ich sie geliebt. Ist egal. Ich habe ein Video mal drüber gemacht, wo ich die Spiele für mich bewerte. Ich verlinke es mal hier oben oder in der Videobeschreibung, falls ich dran denke. Ansonsten würde ich jetzt ganz spontan sagen, Pokémon Schwarz 2? Also, ne, komplette fünfte Spiele-Generation. Pokémon Schwarz, Pokémon Schwarz 2, Weiß und Weiß 2. Warum? Fragst du dich jetzt bestimmt. Wird ja gehatet. Nö, wird es nicht. Aber es gibt genug Leute, die mögen die. Aber es ist alles Geschmackssache. Ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich finde die Story am geilsten da von den Spielen. Und du kannst nach der Liga, kannst du einfach noch ultra viel machen. Du hast das PVT, Pokémon World Tournament, wo du halt gegen alle Arenaleiter oder Champs aus der Vergangenheit kämpfen kannst. Sowas fand ich halt ultra geil. Schade, dass es sowas nicht mehr gibt. Du kannst auch legendäre Pokémon nach der Liga fangen, aber das kannst du heutzutage fast überall. Weiß nicht, irgendwie verbinde ich halt viel damit. Ich habe auch mit den Spielen mit dem VGC angefangen gehabt. Ich würde jetzt sagen, wir gehen zur nächsten Frage. Du kannst mir in die Kommentare dein Lieblingsspiel schreiben. Dann kann man sich ja so auch unterhalten. So, war es das jetzt etwa schon? Nein, tatsächlich nicht. Den Namen lese ich jetzt nicht vor. Den werde ich auch gleich zensieren. Tatsächlich. Bitte ändere ihn, falls das klappt. Ich lese den hier auf keinen Fall vor. Glaubst du, dass Dialga und Giratina nochmal in die Raids kommen? Selbstverständlich. Das Thema hatten wir ja eben schon mit Mega-Garados. Die werden auf jeden Fall wieder in die Raids reinkommen. Oh Gott, hier sind halt übelst viele Sachen noch. Ich werde halt hier so längere Sachen jetzt überspringen. Wie halt zum Beispiel dein Lieblings-Pokémon von jedem Typ. Das dauert sonst zu lange. Ich will es halt nicht, dass wir schon wieder über 8 Minuten gehen. So, nächste Frage ist... Das ist das letzte jetzt dann. Das ist jetzt die letzte von dieser Episode. Das Beste kommt zum Schluss. Nadine fragt, ich feiere das Ende, das ist keine Frage. Lohnt es sich, ein Rezurs hochzuziehen, wenn es zwar 3 Sterne hat, aber trotzdem nicht so gut ist? Wie meinst du das nicht so gut? Also 3 Sterne, du musst... Ich empfehle dir ganz ehrlich, benutze mal einen IV-Rechner, dann schreibst du das in Zukunft immer dazu. Guck einfach mal bei dir... Ich weiß nicht, ob du Apple oder Google hast. Guckst du einfach mal im Play Store, gibst einfach IV-Rechner, Pokémon Go ein oder halt bei deinem... Wenn du iPhone hast, bei iOS. Dazu machen wir aber einen ganz kurzen Cut-Wechsel, weil dazu muss ich ein bisschen mehr dann doch tatsächlich sagen. Geht das Video jetzt doch tatsächlich länger? Okay, bis gleich. So, wie du bereits siehst, befinden wir uns jetzt in meinem Spiel drin. Und hier siehst du Rihorn und Rihornjur. Rizuros habe ich jetzt gerade nicht hier. Die habe ich entweder weggeschickt oder schon vertauscht. Also du kannst Rihornjur, die Entwicklung von Rizuros, entweder als Gesteins- oder als Bodenangreifer spielen. Allerdings muss ich dir dazu sagen, wenn du ihn als Gesteinsangreifer spielst, braucht ihr die Attacke Katapult und Felswerfer. Felswerfer ist eine Community-Day-Attacke. Die wirst du jetzt nicht bekommen, wenn du ein Rizuros entwickelst. Du wirst eine Top-Lade-TM benutzen müssen, damit du diese Attacke hast, weil sonst bekommst du als Attacke entweder die Steinkante oder halt was anderes. Und Steinkante lädt sehr langsam in Raids. Ich spiele halt gerade momentan andere Sachen. Und das ist das Pokémon Rameidon. Das ist halt auch vom Typ Gestein und macht den höchsten Schaden. Und als Boden würde ich dir halt lieber Stahlobohr empfehlen. Ist halt einfacher zu bekommen und hat einen viel besseren DPS als ein Rihornjur. Er hat nämlich die Attacke Lehmschelle und Schlagbohrer. Jetzt gehen wir nochmal auf Rihornjur zurück. Ich glaube, ich habe jetzt gar keins gerade da, was irgendwie Bodenattacken hat. Aber du kannst ihn halt alternativ, wenn du keine Stahlobohr hast, kannst du aber auch das hier als einen Bodenangreifer benutzen. So, damit sind wir in dieser Szene hier wieder angekommen, Leute. Es tut mir auf jeden Fall leid, dass ich halt diese längeren Fragen, wie zum Beispiel deine Lieblings-Pokémon von jedem Typ jetzt nicht drangenommen habe, weil das geht sonst einfach viel zu lange. Ich werde gucken, dass ich sowas in einem anderen Video halt irgendwie dran nehme. Wie gesagt, Leute, schreibt mir eine neue Frage in die Kommentare rein. Wenn euch sowas gefällt, lasst einen Daumen da, supportet das. Ich meine, im Endeffekt ist es mir egal. Ich will damit keine Abonnenten oder sonst was auf Plus machen. Ich mache es halt für die jetzige Community. Die Frage muss halt nur was mit Pokémon oder Pokémon Go. zu tun haben und sollte halt nicht irgendwie so eine Kinderwitz-Frage sein, damit wir halt hier auch jetzt mal ein bisschen ernster bleiben. Auf jeden Fall, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und haut auf jeden Fall rein.